Der letzte Brand ist gelöscht, der letzte Einsatzbericht ist geschrieben, ich habe fertig. 36 Jahre Einsatzdienst in einer der größten Feuerwehren Deutschlands sind genug. Ob ich meinen Job mag? Ja, ich mag ihn gerne, auch wenn dieser Job mehr nimmt, als er gibt und Narben auf der Seele hinterlässt. Ich mag es, wenn ich Leuten durch mein Wissen und mein Können aus einer misslichen Lage helfen kann. Egal, ob im Brandschutz, im Rettungsdienst oder der technischen Hilfe. Aber jetzt ist es genug. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Lebensabschnitt, den des rüstigen Pensionärs. Und den will ich mit lieben Leuten genießen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Es gibt noch so viel zu erfahren. Und das im doppelten Wortsinne. Und wenn du Lust hast, mich zu begleiten, dann abonniere meinen Kanal. Und du wirst sofort per E-Mail über Neues informiert. 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 E-Mail über Neues informiert.